Fachbegriffe in unter 120 Sekunden erklärt Heute Logopädie Die Logopädie stellt eine medizinische Fachdisziplin dar, wird auch als Spracheilkunde bezeichnet und beschäftigt sich mit Beeinträchtigungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme, des Schluckens und des Hörens. Innerhalb der Logopädie gibt es unterschiedliche Tätigkeits- und Aufgabenfelder. Dazu gehört neben der Therapie auch die Beratung, die Prävention, die Diagnostik und die Rehabilitation. Dabei werden sowohl organische als auch funktionelle Beeinträchtigungen berücksichtigt. Bei organischen Beeinträchtigungen liegt eine Fehlbildung, Verletzung oder Veränderung vor, beispielsweise der Stimmbänder, des Kehlkopfes, der Zunge und so weiter. Bei funktionellen Beeinträchtigungen liegen keine organischen oder körperlichen Fehlbildungen, Verletzungen oder Veränderungen vor. Die Zielgruppe der Logopädie ist sehr breit gefächert. Sie geht von jung bis alt. Vom jungen Kindergartenalter bis hin zu Senioren. Die Gründe, eine Praxis der Logopädie aufzusuchen, können sehr unterschiedlich sein. Gründe können beispielsweise Sprech- und Artikulationsfehler wie Lispeln, Redeflussstörungen wie Stottern, Aphasien, also Schädigungen des Hirns durch Tumore, Schlaganfälle oder Schädelhirntrauben, selektiver Mutismus und Autismus, Sprachentwicklungsstörungen oder Sprechtonänderungen bei Transsexualität sein. Es gibt noch viele weitere Gründe für Behandlungen und Logopädiestunden. Alle aufzuzählen würde den Rahmen des Videos sprengen. In der Regel werden die Kosten für Logopädie bei Personen bis zum 18. Lebensjahr zu 100% von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Bei volljährigen Personen müssen diese dann 10% der Behandlungskosten zuzahlen. Um Logopäde oder Logopädin zu werden, gibt es die Möglichkeit, eine dreijährige Ausbildung oder ein Studium an einer Hochschule oder Universität zu absolvieren.